Wir haben alle riesen viel Spaß und man lernt sehr viel hier. Ja, und was haben wir heute so gemacht? Wir haben heute verschiedene Tanzarten gelernt, z.B. Locking, Popping und Neustyling und Michael macht gerade noch den Workshop für Tati. Okay, und was meinst du, gefällt das den Leuten? Stimmt, also ich denke schon, dass es denen gefällt, weil die können sehr viel dadurch lernen. Also es sind jetzt nicht nur Anfänger, es sind auch fortgeschritten, aber trotzdem kann man die Fähigkeiten immer begeistern. Okay! Das war's. Untertitelung. BR 2018